Herzlich willkommen zur Top 10 Show bei Perl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Perl. Top 10 Show, liebe Zuschauer, Ihre Lieblingsprodukte heute aus dem Bereich Technik. Und da kann man mal schauen, was haben die anderen Kunden bestellt, was sind deren Lieblingstechnikprodukte. Und Sie dürfen heute auch zu den TV-Sonderpreisen zugreifen. Also wenn Ihnen das eine oder andere gefällt, was auch den anderen Kunden gut gefallen hat, dann können Sie hier direkt zugreifen und zwar zu unseren tollen TV-Sonderpreisen. Wir spannen Sie gar nicht lange auf die Folter. Wir beginnen direkt mit Platz Nummer 10. Und auf Platz Nummer 10 hat es ein toller FM-Transmitter fürs Auto geschafft. Ein kleines Produkt, das eine Riesenhilfe sein kann, weil der hat noch ganz viele andere Funktionen. Ja, jetzt werden viele sagen, was ist ein FM-Transmitter? Also ich wusste das früher auch nicht, aber mittlerweile weiß ich es Gott sei Dank und kann es Ihnen jetzt auch erklären. Heutzutage, wenn ich ein Auto kaufe, ist ein Autoradio drin, das Bluetooth-fähig ist. Wenn ich jetzt ein älteres Radio oder Auto habe, dann ist das nicht Bluetooth-fähig. Und genau dann kommt dieser FM-Transmitter ins Spiel. Wenn du ihn mal umdrehst, der passt genau auf die 12-Volt-Steckdose, ja, da stecke ich ihn ein. Dann wird er mit Strom versorgt. Und jetzt muss ich nur eine FM-Frequenz mir auswählen, die nicht belegt ist. Also du siehst ja, wenn du jetzt im Radio suchst, so nur alle vier, fünf Skalenpunkte ist wieder ein Sender. Zwischendrin ist alles frei. Jetzt sagen wir mal 89,0 stellst du ein und machst das auf deinem Radio. Und jetzt bekommst du alles, was dieser Empfänger bekommt, auf dein Autoradio. Also es wird über die FM, also die UKW-Frequenz, übertragen. Und dieses kleine Gerät ist natürlich jetzt dein Bluetooth-Empfänger. Jetzt koppelst du per Bluetooth den FM-Transmitter mit deinem Smartphone und kannst jetzt alle Inhalte deines Smartphones, ohne dass dein Autoradio Bluetooth-fähig ist, über Bluetooth abspielen. Das heißt, meine Musik vom Smartphone zum Beispiel dann direkt über mein Autoradio abspielen. Richtig. Und noch viel mehr, das hast du gerade erwähnt, weil jetzt sind wir ja schon per Bluetooth mit dem Autoradio verbunden. Also Bluetooth auf diesen Transmitter, vom Transmitter über die eingestellte Frequenz aufs Autoradio. Und das funktioniert jetzt nicht nur bei Musik, sondern wenn jetzt während der Fahrt ein Anruf kommt, dann ist ja wie beim Handy, wenn du Musik hörst und es kommt ein Anruf, stoppt die Musik. Ja. Der Anruf geht vor. Genauso ist das bei deinem FM-Transmitter, der sagt dir jetzt, es ist ein Anruf da. Und du kannst dann einmal über die Lautsprecher deines Radios, kannst du hören, was der sagt. Und da ist ein Mikrofon integriert. Das heißt, du hast jetzt plötzlich auch noch eine Freisprecheinrichtung, die mit deinem Autoradio gekoppelt ist. Das heißt, ich kann dann auch hier freisprechen, telefonieren über dieses kleine Gerät, bin immer sicher während der Fahrt, Sie wissen es, liebe Zuschauer. Telefonieren mit dem Smartphone während der Fahrt ist verboten, das dürfen Sie nicht. Deshalb nutzen Sie hier diesen kleinen Freisprecher einmal per Bluetooth Transmitter quasi zu nutzen und gleichzeitig dann hier auch die Freisprecheinrichtung für Ihr Smartphone. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast den Transmitter in deiner 12-Volt-Steckdose und dein Smartphone ist schön per Bluetooth verbunden und du hörst Musik. Jetzt geht der Akku vom Smartphone leer. Was machst du jetzt? Jetzt muss ich das Smartphone aufladen. Richtig. Normalerweise müsste ich jetzt die 12-Volt-Steckdose wieder freimachen, aber da wurde ja mitgedacht. Weil hier haben wir jetzt, obwohl die 12-Volt-Steckdose hier mit natürlich belegt ist, haben wir hier den Ladeport für einen USB-Anschluss. Also es muss ja nicht mal das Smartphone sein, alles andere, zum Beispiel auch wenn ich das Navi über USB betreibe oder meine Dashcam, die kann ich hier anschließen. Und zwar, da ist automatisch jetzt wieder der Port praktisch frei. Also du siehst, für alle Autoradios, die nicht Bluetooth-fähig sind, ist das die allereinfachste und vor allem auch kostengünstigste Lösung. Ja, definitiv bei 18,91 Euro TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Also falls Ihr Autoradio noch nicht Bluetooth-fähig ist, können Sie das jetzt mit diesem Bluetooth-FM-Transmitter Bluetooth-fähig machen. Sie haben die Möglichkeit, dann hier auch gleich frei zu sprechen und haben auch gleichzeitig den USB-Ladeport mit dabei. Das ist die Zeigung der 3.6. Die PX4983 und die 5.6. 9.6. ist hier Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer. Gleich in die Leitung gehen und hier zugreifen unter der 0.1, 8.0. 51, 51, 3 mal die 2. Unser Platz Nummer 10 hier für Sie in unserer Top 10 der Technikprodukte. Ganz beliebt, weil viele, glaube ich, noch ein altes Autoradio haben. Gerade vielleicht auch, wenn sie es als Geschenk haben möchten, für ihre Kinder, für die Enkelkinder, die vielleicht auch gerade Fahranfänger sind. Da möchte man ja auch, dass sie sicher unterwegs sind, dass sie nicht ihr Handy dann zur Hand nehmen. Toller Platz Nummer 10. Hier geht es weiter in unserer Top 10 der Technikprodukte mit Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 haben wir ein ganz tolles, ganz beliebtes Produkt. Unsere Virtual Reality-Brille. Oh, und die war lange ausverkauft. Jetzt ist sie endlich wieder da. Ich muss mal sagen, das ist das Titelprodukt unseres neuen Kataloges, unseres aktuellen Kataloges und war sofort nach Erscheinen des Kataloges ausverkauft. Jetzt ist sie wieder lieferbar, wieder da. Und wer jetzt beim ersten Mal leer ausgegangen ist, der kann jetzt zugreifen. Kathi hat ja auch gerade hier unseren Katalog. Das ist Anne-Kathrin Kosch. Und sie hat unsere VR-Brille auf. Und jetzt muss ich sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, Kathi, habe ich ja persönlich gesagt, ich bin zu alt für das. Lass das die Jungen machen. Aber wir haben ja auch viele, ich habe ganz viele junge Kollegen, und die haben mich absolut überzeugt, weil man entdeckt neue Welten mit dieser VR-Brille. Und zwar legt man einfach nur das Handy ein hier, hier vorne. Da sehen Sie es auch. Dann verbinden Sie es noch mit dem Kopfhöreranschluss, sodass Sie auch Ton auf dem Headset hier haben, weil da sind ja auch noch Lautsprecher integriert. Und plötzlich tauchen Sie eine komplett neue Welt ein. Es gibt mittlerweile so viele Videos, die dir dieses Gefühl dieser virtuellen 360-Grad-3D-Welt geben, dass es wirklich unglaublich ist. Also mich hat es gepackt, ganz einfach, mit einem Video vom Grand Canyon. Ein Hubschrauber-Rundflug, der hier animiert wurde auf dem Handy. Ich habe mir das angeschaut und war dann total begeistert, weil man schaut in alle Richtungen und kann alles erkennen. Und man ist plötzlich in einer ganz neuen Welt. Übrigens, das hier ist eine Extraklasse VR-Brille, weil wir haben hier erstens mal natürlich die Möglichkeit, auch den Ton mitzumachen im Komplettset. Ein Headset haben wir. Wir haben einen Dioptrienausgleich sogar. Also wenn ich Brillenträger bin, kann ich die Brille außen vor lassen. Der Dioptrienausgleich, wie bei einem Fernglas, ist hier ganz einfach zu steuern. Wir haben gleichzeitig auch noch einen Controller für 3D-Spiele, weil das ist ja auch immer mehr im Kommen, diese 3D-Spiele. Dann brauchst du Controller und die verbinden sich automatisch hier per Bluetooth. Und dann kannst du eben auch Spiele spielen. Also erst mal das Videoerlebnis, unbeschreiblich. Dann natürlich auch, dass wir hier ein Headset, also mit Kopfhörern haben. Das ist schon klasse. Und noch den Controller. Und das alles für 18,91 Euro. Also mich hat es da nicht gewundert, nachdem ich mir die ersten 2, 3 Videos angeschaut habe, dass diese VR-Brille so schnell ausverkauft war, Kati. Komplett ausverkauft, liebe Zuschauer. Direkt nach wenigen Tagen. Und Sie haben hier das Komplett zertreifert. Es hat gesagt, einmal die Brille und dann den Controller mit dazu. Und das heute für 18,91 Euro. Es gibt mittlerweile ganz viele Spiele. Dann aber auch diese Videos, die man da sich runterladen kann, aufs Smartphone dann einfach vorne einlegen. Und ich mache das jetzt mal. Ich habe jetzt hier schon das Smartphone drin. Ich habe den Controller hier für die Hand. Und dann kann man hier eintauchen in diese tollen Welten und kann das direkt mal probieren, wenn man möchte. Die sitzt ganz bequem. Die kann man sich natürlich dann auch noch auf seinen Kopf einstellen, wenn man möchte. Und dann kann man das hier komplett genießen und kann dann auch mit dem Controller dementsprechend sich dann natürlich dann steuern. Gerade in den Spielen, wenn man möchte. Es ist so ein Eintauchen in eine ganz neue Welt. Weil wenn man jetzt hier den Kopf dreht, zur Seite, nach oben, nach unten, dann kann man das richtig neu erleben alles. Also es ist ein ganz, ganz eigenes Gefühl. Es ist alles weich gepolstert. Und es macht unglaublich viel Spaß. So was geht nur normalerweise in diesen großen Erlebnisparks. Die haben manchmal diese Virtual Reality-Einbindung irgendwie. Aber jetzt sich so was mal nach Hause zu holen, das ist toll. Und Kati, ich hätte mir diese Faszination nicht vorstellen können. Also ich habe mich überzeugen lassen. Sie werden das mit Sicherheit auch tun. Smartphone einlegen und eintauchen in eine neue Welt. Das passt übrigens auf jeden Kopf, weil alles flexibel einstellbar ist. Auch hier die Ohrmuscheln können Sie in der Größe verstellen. Dioptrienausgleich, der Gurt ist größenverstellbar. Also egal, wie klein oder groß Ihr Kopf ist, Ihnen wird die Brille auf jeden Fall passen. Und dann natürlich noch der Controller dabei. Also das ist VR-Brille in Perfektion. Für 18,91 Euro. Jetzt ausprobieren. Ist wieder lieferbar. Das wird gleich in die Leitung gehen. Testen Sie das Thema Virtual Reality hier mit unserer Brille und dem tollen Controller im Set. Unser Platz Nummer 9 für Sie in der Top 10 Technik. Ein ganz beliebtes Produkt hier bei uns. Ihre Bestellnummer, die ZX1639 und die 569. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Das sage ich Ihnen. Also da werden Sie ganz eintauchen in diese neuen Welten. Einfach nur faszinierend das Ganze. Hier geht es auch faszinierend weiter mit unserem Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 haben wir eine ganz spezielle Überwachungskamera. Es ist der Wahnsinn. Als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Das hier ist eine jetzt permanent 360-Grad-Überwachungskamera, die ich irgendwo installiere. Also wahlweise natürlich an der Decke. Und jetzt hier den ganzen Raum ringsherum überwache. Das ist die Linse, die so ein Fischauge-Objektiv hat und die jetzt überall ihre Augen hat. Mir entgeht nichts mehr. Nicht nur das Bild, sondern auch der Ton ist hier mit dabei, weil da ist auch noch ein Mikrofon integriert. Also einmal installiert kann ich mich jetzt über das WLAN-Netz. Da sehen wir es. Da sehen wir jetzt gerade während uns. Guck mal, wir wurden vorhin gefilmt in unserer Sendung und haben es gar nicht gemerkt. Da kannst du jetzt sofort zugreifen per Handy. Das ist eine IP-Kamera, die jetzt ins WLAN eingebunden wird. Und jetzt kannst du von überall auf der Welt auf diese Kamera zugreifen. Musst aber nicht permanent drauf schauen, weil du hast hier auch einen Bewegungssensor drin. Und wenn du dann die kostenfreie App runtergeladen hast, da ist übrigens egal, ob du Android- oder iOS-betriebenes Gerät hast, dann bekommst du eine Nachricht, dass irgendjemand in der Bewegungsreichweite war und kriegst ein Bild auf dein Handy. Und du kannst dann dein Smartphone oder Tablet auch, du kannst dann dein Smartphone nehmen und kannst dich sofort mit dem Live-Bild verbinden. Kannst dann sogar das Zwei-Wege-Audiosystem hier benutzen und kannst sagen, hallo, wer ist da? Oder wenn jemand Ungebetener dort ist und hörst auch, was gesprochen wird. Hier siehst du diese Qualität der 360-Grad-Aufnahme. Und das ist für mich so eine kleine technische Revolution. Es ist unglaublich faszinierend, liebe Zuschauer. Ich durfte die vorhin einmal ganz kurz ausprobieren, als wir die getestet haben bei uns in der Redaktion. Und ich war da richtig fasziniert von. Man sieht diese 360-Grad-Aufnahmen ja immer häufiger jetzt auch. Die werden ja ganz oft verwendet, um zum Beispiel irgendwelche Aussichtspunkte auch mal mit 360-Grad-Blick zu zeigen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Wenn man da auf irgendwelche Homepages geht, vielleicht von dem Lieblingsferienort dann zum Beispiel, da binden das dann einige dann auch auf die Seiten ein, um dann so einen 360-Grad-Blick zu ermöglichen, zum Beispiel von irgendwelchen Aussichtspunkten. Und da war ich da immer schon begeistert, habe sowas gesehen. Und dass jetzt sowas auch für den privaten Gebrauch quasi auch möglich gemacht wird, ist das eine tolle Sache. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt für 66,41 Euro möglich gemacht wird. Ist ganz einfach auf dem Smartphone zu bedienen, muss ich sagen. Also da kann man richtig schön dann so rumfahren. Kann da auch reinfahren dann direkt. Also ich habe es vorhin selber ausprobiert. Ich kann Ihnen raten, das ist so toll. Müssen Sie einfach mal ausprobieren. Macht unglaublich viel Spaß. Auch wenn du jetzt mal eine Nachricht auf deinem Smartphone bekommst, dass da Bewegung war, also jemand den Bewegungssensor ausgelöst hat und du nicht sofort draufschauen kannst auf dein Smartphone, weil das verpasst aus irgendeinem Grund, ist das kein Problem. Weil wir haben intern in der Kamera auch noch einen Speicherplatz für eine Micro-SD-Karte bis 64 Gigabyte, die das dann auch noch aufnimmt. Also aufzeichnet, was gerade im Bereich passiert. Und das Ganze nicht nur bei Helligkeit, sondern auch bei Dunkelheit, weil wir haben hier Infrarot-LEDs mit drin, die auch bei Nacht bis zu einer Sichtweite von ca. 5 Metern aller schärfste Bilder hier dann zustande bringen. Es ist so toll. Und Sie sehen hier, wie einfach das auch funktioniert in dieser App. Ist sehr, sehr einfach erklärt. Man kann dann selber auch umstellen, ob man die an die Decke befestigt hat, quasi von der Sichtweise her, oder ob man die auch an die Wand befestigt, also von der Sichtweise. Du kannst sie sogar auf den Boden legen, theoretisch. Das kann man in der App sehr schön einstellen. Also ist wirklich toll gemacht, je nachdem, wie man es möchte. Ganz, ganz toll. Also macht unglaublich viel Spaß, das Ganze. Und sowas jetzt für 66,41 Euro ist toll. Du musst dir jetzt mal vorstellen, du nimmst diese Kamera mit in deinen Urlaub, nimmst sie mit in deinen Urlaub und zeigst deinen Verwandten zu Hause dein Hotelzimmer zum Beispiel oder das Meer. Dann hältst du die Kamera einfach so, die soll sich verbinden. Können sie ja von ihrem Smartphone, das geht weltweit, wenn du im Hotel WLAN hast. Und dann können sie mit dir durch dein Zimmer gehen, praktisch komplett durch. Aber natürlich, die Sicherheitsvariante ist auch nicht zu unterschätzen. Objektschutz heißt es hier. Läden, also viele Einkaufsläden haben solche 360-Grad-Kameras, damit sie rundum überwachen können. Das kannst du hiermit natürlich auch machen, aber jetzt eben auch für den Privatmann möglich. Diese Überwachungskameras in Einzelhandelgeschäften, die sind ja Riesensysteme, die unglaublich hochpreisig sind. Ja, definitiv. Und jetzt hier bei uns neu und für 66,41 Euro TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Vielleicht auch für Sie für zu Hause eine tolle Sache, wenn Sie dann eine schöne Wohnung haben oder vielleicht auch dann speziell irgendwie einen Wintergartenbereich 360 Grad mal abfilmen möchten oder so. Also da fällt Ihnen bestimmt was ein, weil das macht richtig Spaß. Und diese 360-Grad-Videos sind halt richtig im Kommen momentan. Sie sehen, wie toll das hier ist. Man kann da noch einzelne Videosequenzen da toll speichern. Also richtig, richtig schön. 66,41 Euro hier neu bei uns. Und direkt auf Platz 8 der Technik-Highlights hier eingestiegen. Die NX 4345569, Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer. Ein ganz, ganz tolles Produkt hier in den Top 10 der Technik-Produkte. Diese tolle Panorama-Überwachungskamera. Die 360-Grad-Rundumsicht für Sie. Ja, und weiter geht's hier in der Top 10 direkt mit unserem Platz Nummer 7. Und auf Platz Nummer 7 haben wir eine Armbanduhr. Eine ganz spezielle, also ein richtiges Design-Highlight, muss man schon sagen. Und jetzt für Furore gesorgt. Ja, und ich weiß, dass du ja ein absoluter Fan dieser Sportuhr jetzt bist, weil die kann häufig für den Sport eingesetzt werden. Sehr, sehr leicht zu tragen. Deshalb wahrscheinlich auch Sportuhr, weil diese komplette Armbanduhr hat gerade mal ein Gewicht von 22 Gramm. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehe ich im Display sofort die Uhrzeit mit LED-Anzeige und auch das Datum. Also das ist einfach ein Highlight. Das Ganze ist auch noch spritzwassergeschützt. Das heißt, ich kann es beim Joggen auch mal draußen anziehen. Ich muss ja immer wissen, wie viel Uhr es ist, zumindest wenn ich unterwegs bin, nur mal zum Schauen, also gerade auch beim Joggen, beim Sportmachen, wie lange mache ich schon Sport oder wenn ich einen Termin habe. Und hiermit ist es, glaube ich, unglaublich einfach. Und ich weiß, Tati, dass du auch ein absoluter Fan dieser Uhr bist. Ich finde die so schön. Die ist unisex, also für Damen wie für Herren bestens geeignet. Ist aus dem Hause Krell. Und Sie sehen den Preis eingeblendet, liebe Zuschauer. Die hat eine unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller von 15 Euro knapp. Und wir dürfen die jetzt hier rausgeben zu einem TV-Sonderpreis. Und der ist spitzenmäßig, der ist auch einmalig von 3,71 Euro. Der ist jetzt für unsere lieben Pearl-TV-Zuschauer. Deshalb greifen Sie dazu 3,71 Euro für dieses Design-Highlight. Macht richtig viel Spaß. Sie ist richtig robust und auch spritzwassergeschützt. Also ideal für den Alltag. Aber sehr leicht. Und zeigt Ihnen dann nicht nur die Uhrzeit, sondern dann auch durch weiteren Druck das Datum beziehungsweise auch die Sekunden. Also ich glaube, so eine leichte, einfache Armbanduhr hat man selten gefunden. Und gerade wenn man sportlich sehr aktiv ist, möchte man ja gern die teuren Uhren im Schrank lassen. Und dann kann man hier drauf zurückgreifen. Natürlich auch für Radfahrer oder ähnliches bestens geeignet. Für alle Outdoor-Aktivitäten ist das hier die perfekte Uhr. Aber ich würde da gleich zwei, drei bestellen. Damit, falls mal wirklich eine irgendwo mal kaputt geht, dass Sie gleich noch die nächste in Reserve haben. So schön. Unsere digitale Sportuhr mit diesem LED-Display, liebe Zuschauer. Ein richtiges Highlight hier bei uns im Programm. Und das für 3,71 Euro. Nur solange unser spezielles Sonderkontingent reicht. Das ist so ein richtiger Dankeschön-Preis an der Stelle an Sie. Eine digitale Sportuhr mit LED-Display und Silikonarmband. 3,71 Euro. Gleich zugreifen. Sie dürfen auch mehrere bestellen, wenn Sie möchten. NC 24 27 569 ihre Bestellnummer an der Stelle. Dazu greifen. Ein schönes kleines Geschenk. Ein schönes kleines Mitbringen, um einfach mal Danke zu sagen. Und gerade so im Urlaub, im Sportlichen, im Alltag. Eine ganz tolle Uhr am Handgelenk. Ein toller Platz Nummer 7 hier bei uns. In der Top 10 der Technikprodukte. Und weiter geht's mit Platz Nummer 6. Und auf Platz Nummer 6 ist unser Universal-Digital-Rekorder Ralf. So ein richtiger Alles-Könner. Das absolut. Und seit wir ihn vorgestellt haben, ist er ununterbrochen in der Top 10. Das schaffen, also wirklich in Musik-Hit-Paraden, wirklich nur einmal in einem Jahrzehnt irgendwelche Titel. Hier unser HDMI-BD-Rekorder schafft das. Warum? Ganz einfach, weil es ein topmodernes Gerät ist, das aber mit Nostalgie verbindet. Fangen wir topmodern an. So sieht es von vorne aus. Wir haben hier eine LED, die mir den Status anzeigt und den Empfänger für die Fernbedienung. Eine Fernbedienung ist natürlich mit drin. Und dann schauen wir erstmal auf die Rückseite. Die Anschlussmöglichkeiten. Wir haben die Stromanschluss. Klar, wir brauchen Strom, um das zu betreiben. Wir haben zwei HDMI-Eingänge und einen analogen Eingang und einen HDMI-Ausgang. So, jetzt gehen wir das nochmal durch. HDMI 1 zum Beispiel, einen HD-SAT-Receiver. Da kann ich jederzeit auch zeitprogrammiert Aufnahmen machen. Zweites könnte die Spielekonsole sein, weil das Gerät heißt übrigens auch Game Capture. Und das wird immer beliebter, Szenen von Spielsequenzen mitzuschneiden. Das kann ich hier machen und kann die dann auch mit vertonen gleichzeitig, weil Mikrofon- und Kopfhöreranschluss haben wir auch. Das heißt, ich kann erstens mein Fernsehprogramm aufzeichnen, auch getimed. Wenn ich irgendwas aufnehmen möchte, kann ich das auch getimed einfach aufnehmen, wie ich das von früher von meinem Videorekorder kenne. Genau, von ab und ab und ab bin ich zu Hause, also nehme ich auf. Und das geht unglaublich einfach, auch die Programmierung. Und eben zusätzlich kannst du auch noch Spielsequenzen aufnehmen. Gespeichert wird das Ganze nicht mehr auf Videokassetten. Sie erinnern sich, das waren früher die Videokassetten. Nein, heutzutage haben wir moderne Videokassetten und zwar hier entweder Micro-SD-Karte oder USB-Stick bzw. Festplatte. Ich würde immer zur Micro-SD-Karte oder zur externen Festplatte greifen, weil da die Schreibgeschwindigkeit auch immer ausreichend ist, dass du auch die höchste Qualität hier aufnehmen kannst. Also entweder Micro-SD-Karte oder externe Festplatte anschließen und schon kannst du jetzt eben aufnehmen. Aber jetzt kommen wir zur Nostalgie und das ist für mich persönlich noch mit die wichtigste Option. Ich habe vorhin gesagt, einen Analog-Eingang. Sehen Sie hier einen Klinke-Stecker, aber da ist auch noch ein Adapter dabei. Und ich glaube, jetzt wird es für die allermeisten erkennbar, was wir hier anschließen können. Du siehst diese Cinch-Anschlüsse, Stereo-Audio und Video. Und jetzt kannst du alle Video-Abspielgeräte, egal ob das eine Kamera ist oder ein Videorekorder, hier dran anschließen, die Videos laufen lassen und jetzt auch auf Aufnahme drücken. Und dann nimmst du die Videos nicht nur auf, sondern du digitalisierst die. Das war einer der letzten Videorekorder. Wir haben ja so 2005 ungefähr, sind die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, in Rente gegangen. Hier war auch noch gleich ein DVD-Brenner mit drin und damals war Skat-Anschluss. Da gibt es natürlich auch diese Adapter-Skat auf Cinch. Die kriegt man für 3,50 Euro im Fachgeschäft. Ist jetzt eine Hausnummer, kann auch 4,50 Euro sein. Und dann schließt du das an. Und jetzt lässt du die Videos laufen und nimmst sie auf und damit digitalisierst du sie. Und mit dem Digitalisieren machst du einige Pluspunkte. Weil ab diesem Moment, wo du es digitalisiert hast, ist die Qualität gleichbleibend. Wir wissen von Videokassetten mittlerweile, mit jedem Mal abspielen, wird die Qualität schlechter. Und auch der Zahn der Zeit nagt daran, weil im Laufe der Zeit zersetzen sich Videobänder. Also jetzt ist eigentlich die allerhöchste Eisenbahn, diese privaten Videofilme zu digitalisieren. Und das kann ich noch als Zusatzoption zu dem anderen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Videorekorder tun. Das heißt, einmal das Fernsehprogramm aufzeichnen, also hier diesen Universal-Digitalrekorder nutzen, um das Fernsehprogramm einfach aufzuzeichnen. Ihre Lieblingsserien, ihre Spielfilme auch natürlich getimed, wenn sie mal abends nicht zu Hause sind. Und einfach dann dementsprechend vorprogrammieren und dann das entsprechende Programm aufzeichnen lassen auf die modernen Speichermedien. Dann als Game Capture nutzen, also auch um Spielsequenzen von der Spielekonsole dann einmal aufzuzeichnen, sogar mit Vertonung, wenn man das Ganze möchte. Und digitalisieren, die Aufnahmen von den VHS-Kassetten, VSC-Kassetten dementsprechend digitalisieren. Richtig, hier kannst du sogar direkt von der Videokamera, da waren übrigens kleine Kassetten damals drin, kannst du es abspielen und digitalisieren. Und damit eben sichern wirklich für die Ewigkeit. Wir haben auch noch eine Software dabei, dann kannst du auch Videofilme jetzt mal bearbeiten, schneiden, mit Filtern versehen, mit Beschriftungen versehen. Das ist bei einem Videoband undenkbar, die kannst du nicht schneiden, es sei denn, du hast ein professionelles Schnittstudio. Also da siehst du, du kannst es beliebig oft vervielfältigen, das ist bei einer Videokassette auch nicht möglich. Und es ist gesichert für die Ewigkeit. Und da sehen wir einen Datumstempel, das ist Mai 92, das heißt, das ist jetzt ziemlich genau 25 Jahre her. Die junge Dame dürfte jetzt knapp 26 Jahre alt sein. Und ich stelle mir vor, die heiratet im nächsten Jahr und du kannst ihr dann solche Videos, und da gibt es ja mit Sicherheit noch mehr, das ist so ein Beispiel, zusammengeschnitten an der Hochzeit präsentieren. Die wird Tränen in den Augen haben. Und es gibt Millionen dieser privaten Videokassetten, wo irgendwelche Aktionen oder Ereignisse gefilmt wurden. Und diese jetzt zu digitalisieren, das ist mit diesem kleinen Wundergerät, mit dieser technischen Innovation möglich. Sie sehen, es ist ein bisschen größer als ein Zigarettenpäckchen, aber unglaublich wirkungsvoll. Unser Universal-Digital-Rekorder, Fernsehprogramm aufnehmen, ihre alten Schätze, ihre Familienschätze digitalisieren und auch als Game Capture zu verwenden. 123,41 Euro mit der Bestellnummer NX 43,91 und der 569. Unser Platz Nummer 6 hier in der Top 10 Technik, liebe Zuschauer. Den muss man einfach zu Hause haben, diesen Alleskönner, deshalb den bestellen Sie sich auf jeden Fall zum TV-Sonderpreis jetzt nach Hause. Ein richtig tolles Produkt hier auf Platz Nummer 6 unserer Top 10. Und wir machen jetzt hier eine kleine Unterbrechung in der Top 10, aber keine Sorge, es geht dann gleich weiter mit den Plätzen 5 bis 1, die beliebtesten Technikprodukte. Deshalb bleiben Sie einfach dran nach einer kurzen Unterbrechung für Sie, die Plätze 5 bis 1 aus dem Bereich Technik. Und wir machen jetzt hier eine kleine Unterbrechung für Sie, die Plätze 5 bis 1 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 bis